Hallo Leute was geht willkommen bei einem neuen Gameplay von German Gaming Streams Ich bin jetzt mal wieder euer Chichis of the Burner und wir spielen Aram Kurs sei dass ich bei dir die Interesse sind immer total komisch, meine Herren Nein Tobem Show Ich wollte Gameplay, du warst einfach so Hallo Leute was geht dir? Chichis of the Burner von German Gaming Streams Und wir spielen heute LOL LOL Das war's Mir hast du nicht gesagt Es spackt das wieder bei mir rum Hm Braulin für die Demminge Pots だ gesagt so reicht schon Das wäre der Poke Battle Heute Sehr lustig P hiya Pakk Pokemonбуht Rndle Ahahah NAH H Ich bin gespannt, wie das mit den neuen In-Game-Quests ausschaut. Nein, es war ein First-Blatt für den Axel. Hat einfach geil, ja. What's up? Bist du schön. Na? Warte mal. Ich wohne jetzt nicht. Hab das gesagt. Lass die Lappen mal ein bisschen pushen. Wieso denn? Da geh jetzt drauf und kill on weg. Mit irgendeiner näher kommt der wenig oder zum Pool, dem war es echt wurscht. Oh, ich muss aber los mit dem Jam zu platt. Was, wo ist mit dem ersten schon wieder? Oh, ich hab mich rausflaschen müssen, Alter. Brutale Scheiße. Guck mal, rein, rein! Ja, ich hab nicht reingekommen. Äh, rausgekommen. Äh, triple kill, was geht? Ich hab morgen sehr viel Zeit. Ja, na. Ja, und? Heils Monter schimpft wieder. Hier ist doch schien ins Leben. Ja, es ist Feiertag, deswegen da der wie doch keine Zeitung ausdruckt. Ja, der Terminopfer, der doch der wie doch keine Zeitung ausdruckt. Die Moe am nächsten Gastung. Doch, das ist so. Die Moe vom nächsten Gastung. Die der stehle Vertrauten. 100 pro Die Moe hat Donnerstag ausdruckt. Ich hab' hier mir ein Super umbaut. Ich hab' generell nur Donnerstagstags aus. Weil die meisten Feiertage mittwoche oder dienstags an. das geht schon die DFT ist Dein Terminum machte, macht alle z.B. mit. Ja man muss halt mitgehen, sobald mal ein, sobald mal einen losschickt, der nicht im Vertrag steht, dann, naja, ist ein bisschen blöd, aber das ist ja hier keine alte Sau, hauptsache die Zahlung wieder ausgetragen. Ja, die schreiben bloß so wegen Versicherungsdinger hier. Seit sechs, seit sechs Jahren hat sich da nie für das Gfeil und es ist dir scheißegal, hauptsache, trägt die Zahlung aus, dass es sei, dass eine Böse bloß zu tun hat, mein fetten Schuh, oder? Keine Ahnung, nicht wahr? Bin jetzt um zwei Boah, all das klingt, wie die Heimat kassiert haben. Ja, aber was ärgerst mich jetzt so? Was ärgerst mich? Boah, ne. Du bist so, ach, kein Mensch, nicht wahr? Du bist so, dass du nicht klarst. Du bist so, dass du nicht klarst. Du bist so, dass du nicht klarst. Du bist da nicht klarst. Du bist doch wieder nach Mittwoch raus. was ist nein wir haben fast keiner mehr wirklich so soll uns erzeugt genau wo mein Mann die muss man wieder auf den Sack gehen das ist einfach so blöd bist du doof bist du so doof du bist du trist du wirst du brunst dumm bist du so behindert man so behindert bist du ja ich bin so behindert die Schweiz so behindert bist du so behindert ey behindert da ist voll behindert okay weil die wir auf die auf die Fresse auch dalschüt oder ab und das war schütt auch wenn wir die Karte holt jetzt zu checken es ist not even a bit nice Jetzt kaufe ich mir gleich meine Last Wusper, die werden so viel Arme bauen wie's mangen. Wenn nicht irgend ein Rauschen im Hintergrund herzt, das ist mein PC, der Rage kommt wieder ab. Es ist so klar, dass wir mit dieser scheiß Helikopper öffnen. Aber es ist mal, Timmy. Ja genau, und da kriegt man Tanks auch noch. Alter, das ist voll der Wisch mit der Kacke da. Über den Gegner totet, gell. Vorher Lowlife, den Gegner, der sind nicht tot wie ein Kind. Ich chill, ist da in dem Busch drin. Ich chill. Soll ich bis an der Kampf. Die Annie geht vielleicht auf die Fresse von meiner Kombose. Die Annie ist gleich tot. Naja nicht, Base ccw. Je toux nix zusammen wir. Findet es doch nicht so wow. Äh wieso ihr den Killen nicht kreiert natürlich, wö device! Magik in the air Ja Timi als Maul, wir haben es verstanden, wir sind keine alte Sau Was nicht wundern Call of Duty ist mittlerweile eh zu so neuen Skillgame geworden Bin gleich da So 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 Ey, wie soll ich jetzt nix machen? Ach, hier war einer falschen Form drin. Äh, ich verkackte so oft. Boah. What the fuck, was war denn das? Ich konnte überhaupt nix machen. Magst du mir das rollen? Ich weiß nicht, wer ist gestanden, wenn die Poppy die Uhr greift. Das ist so eine Kacke. Das ist aber zuvoll. Ich hab' den so toll. 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 Ich mag den so toll. Ich hab' den so toll. Die kleine Schirr-Dings schlampelt doch. Die Brie hat da ein grafisches Update. Ich muss nur kotz mich. Die Support hässlich. Okay. Die kleine Schirr-Missgeburt. Ah. Jetzt mal. Ah, reefs gab's ja nine honey. Aber wenn die Schirr Rieber ... ich kriege einen Glocke schon aus. Ich kriege einen Ahren von Dato. Sie tränen ja nie hier. Null. Hät Look von Dato one the auto-grest. Nino 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 Bläder so ha 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 aber zu geil wird der Penta Cloud so sind die Matches gefällt mir Die Jams sollte ja wirklich was gehen. Ich mag nicht enden. Macht's so fun. Scheiss egal. Ist ja nie alle wie rekspawnt die Nigger. Mann. Wer ist too red? Wer ist too red da? Doch die Heimer da hinten! Was ist das? Wie ist es? Nein! Bäh! 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 Prozent Prozent die Gätschmetscher diese epische Musik noch im Untergrund die Schöpfung zum Vorhaben Schäme Pilsner Hälften Sturm das sind keine Ahnung hätten Muramana Hobby Traum in die Fuhr Beide hat das Team 631 was geht mit dir? Ich war schon so nice Ich glaube ich kann mir die noch in der Superhammer Superhammer Der ist einfach Hammer und Super Ja der auch Nein, was du wahrscheinlich hörst BF-Sort Sei so, das ist aus Fage und BF-Sort Das neue BF-Sort ist aus Fage und BF-Sort Ja das ist Nein, das ist nicht, das ist einfach voll Fat Damage Es gibt 70 Damage Das ist wirklich nice to passen Das war nice von dir Schiwig Kaut Oder? Waaaah BAM Wie die Kölzer einfach aufhörig kriegen, ihr habt keine Ahnung Das ist so komisch, die mache ja ja gar nix Ja das Recht muss ich mir wusste Ja das Recht muss ich mir wusste Ja schmort Ja GG, well played so, geils, gerne Ja gut, dann bis zum nächsten Mal und Servus Finis